Morgen Leute, wir sind zurück, wir wurden angegriffen, das ist aber egal, denn, das zeige ich euch kurz, hier, glücklicherweise ohne Anstrengung, sind wir gestern noch auf, mit einem extra Angriff, plus dem letzten Stern für den Bonusangriff, sind wir auf 4,5 Millionen Gold gekommen und damit konnten wir uns was Größeres gönnen, eigentlich wäre hier der Minenwerfer dran gewesen, aber, ja, das hat auch so gepasst und dann dachte ich mir, wir investieren, wenn man mehr investieren kann in den Ausbau, dann machen wir das auch. So, noch schnell einsammeln und dann sind wir fertig, wie viel Prozent hat der Gegner eigentlich gewonnen? Oh, hä? Ach, dann hat, ach so, ach wir haben gewonnen, oh, noch besser, dann hat uns gar keiner angegriffen. Okay, ja, also hier, das ist jetzt der neue Bogenschützenturm, der ausgebaut wird und das läuft echt sehr gut momentan, muss ich sagen. Gut, der Clankrieg war jetzt verloren, aber das war ein aktiver Clan und da hatten wir ein bisschen Pech. Im Großen und Ganzen läuft es aber, wenn wir uns anschauen, wie viele, das brauchen wir noch. Ja, wir brauchen noch so 143 und dann sind wir fertig. Das sollte auf jeden Fall demnächst noch klappen, egal wie aktiv die Clans sind. Wenn wir einen glücklichen Sieg davon tragen, dann sind wir bald schon auf den Spuren der besseren Einheiten und ich finde, ab da macht es wirklich Sinn, im Clan ordentlich zu spenden, weil über bessere Einheiten in der Clanburg, wenn man knapp am Verlieren oder Gewinn ist, hat sich der Angriff gelohnt und dann kommen die guten Einheiten, dann ist das auf jeden Fall cool. Alles klar, das war's schon. Das sollte jetzt nichts langes werden und heute ist Freitag. Freitag, ihr habt wahrscheinlich eh frei. Ich hab trotz Freitag nicht frei, aber egal. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.